Herzlich Willkommen zu FFF, Filmchen für Fans, im West-Western-Premier-Conrad-Suzo-Hotel. Letzte Woche waren wir in der Küche und Herr Müller hat uns gezeigt, was man alles mit Steaks machen kann. Heute gehen wir in unsere Hotelbar. Jetzt suchen wir gleich mal den Patrick Jobst, der uns was ganz tolles heute zeigen wird. So, wir sind hier in der Bar Z22 und begeben uns mal auf die Suche nach Herrn Jobst. Der Herr Jobst ist unser Serviceleiter und derjenige, der an der Bar alles wirklich am allerbesten kann. Und da ist er ja auch schon. Hallo Herr Jobst. Hallo Herr Gelhausen. Herr Jobst, was machen wir denn heute an der Bar für unsere Gäste? So, da jetzt nach dem langen Winter endlich Land in Sicht ist, machen wir heute einen frühlingshaften frischen Cocktail und zwar ein Bombay Crushed. Was ist denn ein Bombay Crushed? Ja, ein Bombay Crushed ist ein Cocktail ähnlich wie der Calperinia, nur mit ganz anderen Zutaten. Wir nehmen dazu einmal Kumquats. Die nennt man auch Zwergorangen, auch wenn sie eigentlich genau genommen gar keine Orangen sind. Kumquats kann man komplett normal essen, auch mit Schale und allem was dabei ist. Sie kommen ursprünglich aus dem asiatischen Raum, werden aber in allen südlichen Ländern mittlerweile gezüchtet. Was braucht man denn noch, um aus dem Kumquats ein Bombay Crush zu machen? Ja, wir brauchen dann noch Gin. Wir haben hier den Bombay Sapphire Gin, passend zum Namen. Man kann natürlich auch jeden anderen Gin nehmen. Außerdem Limettensaft. Dann, wie beim Calperinia auch, den braunen Rohrzucker. Und ganz wichtig natürlich Eis. Wir haben da Quaschte Eis. So, jetzt wissen wir, was alles reinkommt in den Cocktail. Aber wir wissen noch nicht, was wir brauchen, um ihn überhaupt zu machen. Was brauchen wir alles zu Hause, damit wir eine Chance haben, einen Bombay Crush zu machen? So, als allererstes brauchen wir natürlich ein Glas. Dafür nehmen wir einen Tumbler. Das ist so ein Becherglas. Ich habe hier so einen großen Tumbler, das ist ein stabiles. Dann braucht man natürlich ein Schneidebrett und ein Messer für die Kumquats. Wer nicht so geübt ist mit dem Abmessen, kann dann einen Messbecher benutzen. Dann habe ich hier ein Stößel. Wie bei Calperinia kennt man. Hat mittlerweile, denke ich, auch fast jeder zu Hause. Strohhalme zum Servieren. Und ganz wichtig natürlich eine Crushed Eismaschine. So, nun hat ja nicht jeder eine Crushed Eismaschine zu Hause. Eiswürfel kriegen wir vielleicht noch hin. Aber was machen wir, wenn wir keine Crushed Eismaschine haben und zu Hause trotzdem ein Bombay Crush machen wollen. Gibt es da einen Trick? Das geht im Prinzip ganz einfach. Man nimmt das Eis, wie hier. So, man nimmt ganz einfach, wie man zu Hause hat, ein Geschirrtuch. Tut die Eiswürfel da rein. Bei Eis ist im Prinzip ganz wichtig, nicht geizig sein. Fällt ja auch nicht so schwer, ist nicht so teuer. Genau. So, dann pickelt man das so ein, dass man da so ein gemütliches Bündel hat. Das ist auf die Arbeitsfläche. Dann nimmt man so einen Schnitzelklopfer. Einmalchen. Dann ganz einfach. Wichtig ist dabei einfach nur den Daumen nicht unter dem Hammer. Anstatt eines Schnitzelklopfers kann ich auch einen Hammer nehmen, einen Gummihammer oder einen richtigen Hammer, Vorschlaghammer, Presslufthammer. Geht alles, oder? Solange es das Eis klein bekommt, geht das alles. So, jetzt wollen wir aber doch mal sehen, wie das mit der Maschine geht, Herr Jobs. Zeigen Sie uns das doch bitte auch mal. Mit der Maschine ist das natürlich etwas einfacher und geht auch einiges schneller. Jetzt hat man ein wunderbares Crushed Ice. Perfekt. Wir vertreiben übrigens keine Maschinen, falls das jemand glaubt, aber es macht unheimlich Spaß, damit Eis zu crashen. So, dann können wir eigentlich schon anfangen. Als erstes nimmt man sich fünf Kumquats, die man ganz einfach halbiert. Wie gesagt, die Schalen kann man mitessen, deswegen braucht man sich im Prinzip keine Sorgen zu machen, dass man irgendwelche zusätzliche Arbeit hat, gar kein Problem. Dann nimmt man das Glas, die Kumquats ganz einfach in das Glas, und dann zwei Löffel von dem braunen Rohrzucker dazu. Wer es süßer mag, kann natürlich auch noch einen dritten Löffel dazugeben. Ich persönlich bin eher so der Herbe-Typ. So, dann nimmt man den Stößel. Ganz wichtig ist, dass man es nicht komplett zerdrückt, sondern einfach nur andrückt, dass so ein bisschen der Saft aus dem Kumquats rauskommt. Also nicht zu fest, nicht zu viel Gewalt, dann wenn einfach nur ein bisschen so. Jetzt kommt auch schon das liebevoll erhämmerte Quaschteis. Einfach komplett dazugeben. So. Und dann etwa 6cl von dem Gin dazugeben. Kann man mit dem Messbecher machen. Ich selbst gieße unheimlich gerne. Was dann jetzt noch fehlt... Herr Jubs, 6cl mit so einem Messbecher. Wie viel ist das? Das ist einmal das große Hälfte, einmal komplett bis zum Rand. Das sind 4cl. Und die kleine Hälfte, komplett bis zum Rand. Das sind nochmal 2cl zusammen 6cl. Gibt es da einen Trick, damit ich nicht den eingeschenkten Gin bis oben hin, dass ich den nicht auf dem Weg bis zum Glas verliere? Da gibt es einen ganz einfachen Trick beim Einschenken. Einfach den über dem Glas halten, den Gießer. Dann wenn dann noch was daneben geht, dann geht es dahin, wo es hin soll. Das passt dann schon. So. Dann kommen noch etwa 1-2cl von dem Limettensaft dazu. So. Dann wird die ganze Geschichte gut durchgerührt. Beim Rühren ist es wichtig, dass man von unten nach oben rührt. Damit die Früchte auch so ein bisschen hoch kommen. So. Und der Zucker sich leicht auflösen kann. Anschließend kommt noch ein klein wenig Eis drauf. Und fertig ist der Bombe-Crush. Das war FFF, Filmchen für Fans aus dem Best-Western-Premier Konrad-Suzo-Hotel. Wir haben heute gesehen, wie man einen wunderbaren Bombe-Crush macht. Danke, Patrick Jobst. Nächste Woche werden wir was ganz anderes machen. Nächste Woche schauen wir uns an, wie man ein Zimmer richtig reinigt. Von oben bis unten. Und ich verspreche, das wird auch spannend. Wir beide trinken jetzt erstmal einen, oder? Gute Idee. Brust.